Wir testen heute zusammen neue Viral-Drogerie-Produkte. E.L.F. hat es wieder getan. Sie haben Charlotte Tilbury versucht zu dupen. Ich habe hier einige der neuen Halo Glow Blush, Contour und Highlighter-Wands. Die werden wir testen. Ich habe von Maybelline das neue 24-Hour-Skin-Tint. Auch richtig spannend. Und noch ein paar andere Produkte von E.L.F. Essence und L'Oreal. Ich würde mich super freuen, wenn ihr dran bleibt. Ich habe einen Teil des Videos gestern schon mal gedreht. Leider ist da aber irgendwie ein Teil nicht aufgenommen worden. Deswegen machen wir das Ganze nochmal. Das heißt, ich habe jetzt aber schon einen ersten Eindruck. Wir starten erst mal mit einem neuen Skin-Tint aus der Drogerie. Und zwar ist das hier von Maybelline das Super Stay 24-Hour-Skin-Tint mit Vitamin C. Dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht, wo wir einen Wear-Test machen und das Ganze mit dem Catrice und L'Oreal-Skin-Tint vergleichen. Das Video kann ich euch gerne mal oben verlinken. So, ich habe mir von E.L.F. die Color Corrector bestellt. Und zwar hier einmal in blau und in grün. Ich wollte die hauptsächlich dafür haben, um Foundation-Töne so ein bisschen anzugleichen, die nicht so richtig passend für mich sind. Und das gilt hier auch für das Skin-Tint von Maybelline. Der Unterton ist leider nicht gelb-golden genug. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt kurz ein bisschen mixen. Ihr seht hier einmal den originalen, ungemixten Ton. Das ist der Ton 30. Und insgesamt gibt es zwölf Töne in der Linie. Es sind allerdings nicht alle bei DM selber verfügbar. Manche muss man dann online bestellen. Ich habe das Skin-Tint gestern mit den Fingern aufgegeben. Ich möchte heute mal schauen, wie es mit dem Pinsel funktioniert. Oh ja, das klappt auch sehr gut. Bei dem L'Oreal Skin-Tint beispielsweise, da habe ich das Gefühl, dass es sich nicht so gut einblendet mit dem Pinsel. Aber das Maybelline Skin-Tint ist auf jeden Fall noch ein bisschen dünner in der Textur. Und diese Foundation hat leichte Illuminating-Pigmente drin. Genauso wie die L'Oreal Skin-Tint Foundation. Ich glaube, von Make-Up by Mario, die hat das auch. Man ist dann erstmal ein bisschen besorgt, aber wenn man das dann aufs Gesicht aufgibt, dann sieht man das nicht. Es hat dann einfach nur den Effekt, dass wenn Licht drauf scheint, man so einen stärkeren Illuminating-Effekt durch diese Schimmerpartikel hat. Pigmente. Whatever. Als Concealer benutzen wir hier auch einen neueren aus der Drogerie. Und zwar ist der IRL Filter Finish Concealer von Revolution. Den mag ich tatsächlich bis jetzt sehr, sehr gerne. Den benutzen wir jetzt heute, weil ich bin überfällig mit meinen Street-Reviews, wo ich so Make-Up-Produkte der letzten vier bis acht Wochen nochmal ein Update dazu gebe. Und deswegen will ich gucken, dass ich die Produkte jetzt häufiger benutze, um euch da nochmal so einen richtigen, guten Eindruck zu geben. Ich habe hier den Ton C8,5. Ich mag den sehr gerne, den Concealer. Er ist ziemlich dünner in der Textur, hat gutes Coverage. Er ist allerdings so ein bisschen auf der trockeneren Seite. Das heißt, wenn man sehr trockene Under-Eyes hat, würde ich ihn vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Oder man muss halt wirklich schauen, dass man sehr, sehr gut Pflege drunter gibt. So, dann habe ich einige von den neuen Halo Glow Beauty Wands bestellt. Die sollen wahrscheinlich wieder so ein Duft sein. Zur Charlotte Tilbury. So, und die sind fast alle ausverkauft. Ich konnte jetzt hier noch zwei von den Contour Wands ergattern. Ich habe mir jetzt einmal hier den Ton Fair Light mitgenommen. Und einmal den Ton Medium Tan. Der eine ist quasi zu hell, der andere zu dunkel. Aber ich habe gedacht, wir können die ganz gut mixen. Wir haben hier einmal den Contour Ton Fair Light. Der ist sehr grau-lila-stichig. Und daneben zum Vergleich den Ton Medium Tan. So, das ist jetzt zum Drehen. Also nicht wie das Charlotte Tilbury Produkt. Und hier hat man dann diesen kleinen Puff. Man muss da wirklich so ein bisschen aufpassen. Wenn man zu viel Produkt rausholt, dann rutscht das quasi runter. Und dann hat man alles im Deckel hängen. Das ist nicht ganz ideal. So, und ich werde die beiden Töne jetzt auch mischen, weil der Contour Shade ist ein bisschen zu aschig für mich. Ich habe nur gemerkt, dass er für die Nase ganz gut funktioniert. Und der andere Ton ist halt zu dunkel. Deswegen mixen wir die beiden. Und dann sollte da ein ganz netter Contour slash Bronzing Shade rauskommen. So, das ist jetzt der gemixte Ton hier ganz links. Immer noch eher kühler im Unterton. Das heißt, passt auch noch sehr gut zum Konturieren. Und ich benutze hier einen von den Putty Primer Brushes. Die sind wirklich ideal für alle Cream-Produkte. Egal, ob es jetzt Cream Rouser, Cream Blush ist oder Cream Highlighter. Kann man natürlich auch für Foundation gut benutzen. Da hatte ich mir jetzt in meiner Erstbestellung auch nochmal zwei neue Formen bestellt. Ich habe auch, glaube ich, schon zwei. Also, keine Ahnung, aber ich benutze die andauernd für Cream-Produkte. Und deswegen, davon kann man nie genug haben. So, und wollen wir unser Gesicht mal ein bisschen snatchen. Ich finde, dass sie sich sehr schön in die Haut einblenden lassen. Allerdings muss ich sagen, ich finde, sie sind in der Textur schon anders als die Toilette Tilbury Contour Ones. Die Toilette Tilbury Contour Ones haben schon eine sehr spezielle Konsistenz. Also, sie sind am Anfang irgendwie cremig. Und wenn man sie dann in die Haut einblendet, dann bekommen sie ja schon fast so dieses wässrige, diese wässrige Textur. Und das ist bei denen jetzt hier anders. So, dann von den Blush-Worns gibt es, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Farben. Es waren leider alle ausverkauft, bis auf den Ton Magic Hour. Und das ist so ein peachig-goldener Ton. Eigentlich ganz schön, gerade jetzt so für den Sommer. Ihr seht schon in der Reflexion, wie metallig das ist. Das ist normalerweise nicht so meins. Also, zumindest nicht für den Blush. Aber ich muss sagen, sie sind wirklich ganz schön eingeblendet. Also, es ist nicht so, dass sie zu extrem irgendwie Poren oder so hervorheben, weil sie sich sehr schön einblenden lassen. Natürlich bieten sie kein Weichzeichnen-Effekt. Das machen so Schimmerprodukte nie. Aber es ist auch nicht so, dass es so metallig unvorteilhaft runtertrocknet. Also, es lässt sich wirklich schön einblenden. Und ich finde dieser Ton Magic Hour ist wirklich perfekt für den Sommer, weil der halt irgendwie diesen dunklen, peachigen Goldton hat. Wenn man dann noch so ein bisschen gebräunter ist, wird es wahrscheinlich natürlich noch toller aussehen. Er gibt halt diesen richtig, richtig tollen Sheen. Und ich muss sagen, er hat etwas mehr Pigment, als ich es vorher gedacht hätte. Trotzdem ist das für mich eher sowas wie so ein Blusher-Topper, glaube ich. Und ich würde auf gar keinen Fall eigentlich jetzt zusätzlich noch ein Highlight aufgeben, weil das ist halt ja im Endeffekt ein Highlighter mit Pigment. So, aber wir haben trotzdem einen Highlighter. Und zwar habe ich hier den Ton Rose Quartz. Ich dachte, der ist vielleicht so ein bisschen so wie der Pillow Talk. Der Pillow Talk ist aber heller und anders im Unterton. Gut, Pillow Talk ist auch wirklich ein ganz, ganz, ganz spezieller Ton. Ich zeige euch Pillow Talk mal gerade daneben im Vergleich, damit ihr das seht. Und oben haben wir jetzt den Elf und da drunter ist der von Charlotte Tilbury in Pillow Talk. Und ich tappe mir den von Elf jetzt mal so ein bisschen hier noch drauf. Wobei, ich meine, wie viel mehr Highlights sollen wir jetzt hier noch bekommen, ne? Und ein bisschen auf die Nasenspitze. Echt? Und ich bin auch von den Highlightern wirklich positiv überrascht. Ich finde, dass sie sich auch sehr schön einblenden lassen. Sie trocknen nicht so metallisch trocken runter. Eben wirklich einen ganz, ganz tollen Glow. Ich war sehr skeptisch, weil die Charlotte Tilbury Highlighter oder beziehungsweise Blush Ones, Blow Ones, das ist schon eine sehr, sehr, sehr spezielle Formulierung. Und ich habe jetzt auch noch nichts gefunden, was mit den Effekten gibt. Und ich finde auch, dass die Elf jetzt nicht hundertprozentig gleich sind. Aber wenn man überlegt, dass die 10 Euro kosten und Charlotte Tilbury kostet, glaube ich, fast 40, ne, dann kann man natürlich schon mal diskutieren, ob die von Charlotte Tilbury so viel besser sind, dass wirklich dieser Preisunterschied dann noch gerechtfertigt ist. Aber das muss dann im Endeffekt wirklich jeder für sich entscheiden. Dann habe ich noch einen Puder mitgenommen. Das hatte ich gesehen. Das ist ein einfaches Produkt von Elf. Ich glaube auch ein älteres. Es hat auch hier dieses einfache Packaging. Aber Julia Adams auf YouTube hatte denen empfohlen, den Puder, weil der gerade auch für ölige Haut so toll sein kann. Das ist der Prim and Stay Finishing Powder im Ton Fairlight. Und den wollte ich jetzt speziell für unter die Augen nehmen. Und der soll so einen sehr schönen Blurring-Effekt haben, ohne aber irgendwie austrocknend zu sein. Und auch so ein bisschen wirklich Pigment abgeben. Und dann hatte ich mir auch noch von Elf, wo ist der denn jetzt, einen Powderpuff bestellt. Aber der war so ein Flop. Hier. Der soll anscheinend auch viral gegangen sein. Ich habe gedacht, der hätte dieses wunderschöne Material, wie der Elf, äh Elf, wie der Essence Powderpuff. Und auch der von Tati Beauty hatte. Das sind so ein bisschen längere Fasern. Aber der hat dieses Proteematerial. Und es ist irgendwie so zu fest. Man kann das nicht so richtig schön anschmiegen. Und nee, also gefällt mir nicht. Da bevorzuge ich auf jeden Fall hier meine paar Euro Amazon Puffs. Die sind viel softer und die kann ich so richtig schön squuschen und richtig schön anpassen. Deswegen benutze ich den jetzt nicht und benutze meinen von Amazon. So, aber erstmal gehe ich nochmal meinen Beauty Blender überall drüber. Ja, und man sieht, dass der Glow trotzdem noch durchkommt. Auch auf der Nase. Obwohl ich da auch mit dem Puder richtig drüber gegangen bin. Das finde ich ist auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und der Puder fühlt sich sehr, sehr soft an. Er macht gar kein cakey Gefühl auf der Haut. Hat auch so ein bisschen so einen leichten Highlighting-Effekt auf jeden Fall gegeben. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, aber ich habe ein gutes Gefühl. Und der ist ja auch super, super günstig. Gut, wir haben hier das günstige Packaging, aber wenn das Produkt gut ist, ne. Okay, äh, was haben wir denn noch? Und dann habe ich mir noch einen von diesen matten Lipsticks von Alice mitgenommen. Ich hatte mir bei der letzten DL Bestellung schon zwei bestellt. Die hatte ich euch auch gezeigt im Video. Aber die waren von den Farbtönen her nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Und deswegen habe ich mir jetzt nochmal einen anderen Ton geholt. Und zwar den Ton Dirty Talk. Der ist ein bisschen heller. Und die Lippenschifte haben dieses Nars angehauchte Packaging. Also das, äh, ja, denke ich mal, soll so ein Packaging Dupe zumindest sein zu den Nars Lipsticks. Sieht sehr hochwertig aus und hat hier so einen schönen Magnetverschluss. Die sind dafür auch ein bisschen teurer, dafür, dass es ein Drogerie-Lippenschifte ist. 10 Euro. Andererseits, die von Maybellian Bloreal sind, glaube ich, auch nicht günstiger. Und ich finde den Ton richtig, richtig gut. Das ist jetzt der Ton Dirty Talk. So, ich habe mir jetzt gerade einen Lip Liner aufgegeben. Das war jetzt kein Drogerie-Lip Liner, sondern das ist ja eine Tasche der Nona I Need a Nude Lip Liner. Aber ich dachte mir, das passt farblich jetzt perfekt. Weil ich wollte einen haben, der leicht dunkler ist. Und diesen kühlen Unterton hat. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt, was er für die Augen machen. Ich glaube, ich gebe mir jetzt erstmal einfach so ein bisschen Bronzer in die Crease. Ich habe noch welche von den No-Butt-Shadow-Sticks von e.l.f. Aber ich habe jetzt keine neue Drogerie-Palette oder so. Das hier ist einfach mal ein Charity-Lip Liner-Face-Palette. Den Bronzer da drin benutze ich meistens, wenn es schnell gehen muss für die Crease. Aber ist ja egal, kann man halt auch einen anderen Bronzer benutzen. So, und dann habe ich noch hier von e.l.f. diese No-Butt-Matte-Shadow-Sticks. Die habe ich auch noch in Orange. Aber Orange passt jetzt nicht so ganz. Deswegen nehme ich mal den gelben und ich ziehe mir einfach mal einen Wingen. Mal gucken, wie das funktioniert. So, ich habe ein bisschen rumprobiert. Es funktioniert am besten, sich den Stift einfach direkt aufzugeben, damit man auch wirklich genug von dem Gelb sieht. Und dann verblende ich das Ganze mit so einem Pencil-Brush. Ich habe es auch mit einem Eyeliner-Pinsel versucht, aber das gibt irgendwie zu wenig Pigment ab und man hat nicht so wirklich diesen Neon-Gelben-Effekt. Ich mag diese kleinen Neon-Farb-Axente so für den Sommer oder Frühling ganz gerne. Ich finde es irgendwie ganz cool. Ist natürlich jetzt nichts fürs Büro. Würde ich jetzt auch nicht jeden Tag machen oder so. Aber just for fun. Und die sind einfach von der Formulierung her aber auch wirklich sehr, sehr gut. Diese No-Butt-Matte-Shadow-Sticks. Da gibt es ganz viele andere Farben auch noch von. Und ich glaube, ihr müsst sie auch nicht direkt bei ELF bestellen. Ich meine, die gibt es auch auf Blue Class. So, von dem Bronzer gebe ich mir noch ein bisschen in die Lower Lashline. So, und dann als Mascara benutze ich hier den L'Oreal Telescopic Lip Mascara. Den habe ich jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr benutzt. Und ich hätte ganz gerne jetzt schon so ein bisschen mehr Lashes. Und dann macht die Lashes schon ziemlich lang. Deswegen benutzen wir den jetzt heute. Das einzig Blöde da ist halt wirklich, man hat recht viel Transfer. Ich habe gerade vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Ich habe mir noch hier ein bisschen von den Pure Nude Baked Blush von Essence draufgegeben. Im Ton Pretty Peach. Weil ich wollte hier die Farbe noch so ein bisschen intensivieren. Und als Setting Spray haben wir hier eins meiner allerliefsten Drogerie-Setting Sprays für Haltbarkeit. Das Revolution Super Fix Super Hold Misting Spray. Kriegt ihr auf jeden Fall bei Zalando oder sonst auf der Revolution Seite selber. So, fassen wir mal gerade ganz schnell zusammen. Die Stars von heute waren ja auf jeden Fall das brandneue Maybelline Super Stay 24 Hour Skin Tint. So wie die neuen ELF Halo Glow Beauty Wands. Wie gesagt, das Skin Tint habe ich gestern das erste Mal getragen und ausprobiert mit einem Wear Test. Ich bin bis jetzt sehr begeistert. Und ich finde, es hat den Catrice und L'Oreal auf jeden Fall ein paar Sachen voraus. Ähm, ja, ich muss es aber natürlich jetzt schon ein bisschen länger testen. Auch mit verschiedenen Primern. Und dann schauen, wie es funktioniert. Ob es jetzt wirklich jeden Tag so eine gute Haltbarkeit hat. Die ELF Beauty Wands. Also fangen wir mal gerade mit den Contour Wands hier an. Äh, ich finde die Textur sehr schön. Wie gesagt, es ist definitiv eine andere Textur als die Charlotte Tilbury Contour Wands. Auf jeden Fall. Es ist gar nicht ähnlich eigentlich. Eigentlich, ähm, es ist halt das ähnliche Konzept. Man hat ähnliches Packaging und es ist halt ein Liquid Browser. Genau, ja, die Farbchen mussten wir jetzt ja zusammen mischen. Aber das kann ja auch Vorteile haben. Dann kann man sich das so customisable machen, als wenn man jetzt nur einen Ton hat. Was ich sehr, sehr schön fand, es ist überhaupt nicht fleckig geworden. Also weder gestern noch heute hatte ich da irgendwie ein Problem. Besonders im Stirmbereich bei so Liquid Broncern muss man da manchmal so ein bisschen aufpassen. Das kann schon mal schnell ein bisschen fleckig werden. Auch bei der Charlotte Tilbury Contour Wands kann es schon mal schnell fleckig werden. Und das Problem hatte ich jetzt hier gar nicht. Das hatte ich beispielsweise auch bei der Tarte Contour Wands manchmal, dass das so ein bisschen fleckig wurde. Und das finde ich daran auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und was ich auch so super finde, ist, dass sie die auch matt gelassen haben. Und nicht irgendwie sehr dewy oder Schimmer reingefühlt haben oder so. Dann hier die Blush Wands. Habe ich ja jetzt leider nur einen Ton. Finde den Ton ganz cool für den Sommer. Also ich hatte mir davon weniger versprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist für mich aber trotzdem eher ein Topper. Und so ein krass schimmeriger Blush ist jetzt nicht unbedingt meine Präferenz. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher einen Matten oder so einen Dewy Blush benutzen, wo halt kein Schimmer drin ist. Aber es hat sich wirklich schön einblenden lassen. Hätte ich nicht erwartet. Das ist auf jeden Fall nicht so metallisch trocken oder so, dass sich das so absetzt. Es lässt sich wirklich sehr, sehr schön in die Haut einarbeiten und gibt ein ebenmäßiges Finish. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Und das gleiche gilt hier auch für die Beauty Wand Highlighter. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so einen tollen Effekt gibt, wie es jetzt wirklich gegeben hat. Weil die Charlotte Tilbury Highlighter Wand schon was richtig Besonderes ist. Und sie ist auch ein bisschen anders, ne. Aber, ja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, 10 Euro und fast 40 Euro, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Preisunterschied. Ja, da kommt es dann halt einfach drauf an, ob einem das dann wert ist oder nicht. Ich finde auf jeden Fall, dass es ein sehr, sehr schönes Produkt ist. Und ich werde mir wahrscheinlich davon auch noch andere Highlighter-Töne holen, wenn sie wieder verfügbar sind. Und der Setting-Port hat mir bis jetzt auch sehr gut gefallen. Ich muss jetzt aber natürlich schauen, wie lange der wirklich auch matt hält und so weiter. Und diesen Por- und Farid-Effekt hält. Da werde ich euch dann einfach nochmal updaten. Warten wir sonst noch. Ach so, und dann hier die Elf Color Corrector. Haben wir jetzt heute kaum drüber gesprochen. Irgendwie haben Color Corrector so in den letzten paar Monaten so einen Hype bekommen. Weil das ja nichts Neues ist. Aber, ja, ich finde es ziemlich cool, weil man sich dann halt einfach seine Foundation wirklich anpassen kann, die man möchte. Oder man kann den natürlich auch sehr gut für Rötungen benutzen. Aber ich habe mir die wirklich insbesondere geholt, um meine Foundation-Töne anzupassen. Habe mir hier letztens auch noch so weiße Custom-Drops geholt. Und da werde ich jetzt alle meine Foundations anpassen, die entweder zu hell sind oder irgendwie einen falschen Unterton oder nicht so einen ganz wichtigen Unterton für mich haben. Das kann ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen, bevor man sich da irgendwie zwei, drei Foundation-Shades holen muss. Dann lieber hier die und dann kann man das customizable machen. Ein großes Shoutout auf jeden Fall noch an die Elf-Matte-Lipsticks. Ich weiß, dass sie schon ein bisschen teurer sind für Drogerie. Wo sind sie denn jetzt? Moment, ich wollte Ihnen auch noch mal zeigen. Insbesondere hier an den Ton Dirty Talk. Ich finde den Ton richtig schön. Das Packaging ist wirklich high-end. Dafür ist dann andererseits 10 Euro wieder in Ordnung. Was ich auch sagen muss, ist, dass die Formulierung sehr, sehr angenehm ist. Es ist so ein Satin-Matte-Finish. Das heißt, es gibt wirklich keinen austrockenden Effekt auf den Lippen. Und trotzdem hat man, ja, diesen matten Look. Ohne aber dieses austrocknende Gefühl auf den Lippen. Und den gibt es jetzt mittlerweile in richtig, richtig vielen Tönen. Ich glaube, der ist auch in schwarz rausgekommen, habe ich gesehen. Das lohnt sich vielleicht, da mal reinzuschauen, wenn man nach einem Satin-Matten-Lippenstift auf der Suche ist. Alrighty, Leute. Das war's. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Bitte lasst mir einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Ich freue mich über Feedback, wie immer. Und ja, danke euch sehr, dass ihr mit mir einfach die Zeit verbracht habt. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Mwah. 3. 4. 5. 6.